Herrschaften, schön euch im Kino zu sehen und wenn ihr schon mal da seid, bleibt auch da. Aber der eigentliche Film kommt ja erst. Zärtliche Chaoten. Erst kamen drei Weise aus dem Morgenland, dann die drei Musketiere und wieder kämpfen drei Männer für guten Geschmack. Das bin ich. Für saubere Kinder, Helmut Fischer. Und für stilvolle Hutmode, Michael Winslow aus Police Academy. Unerbittlich wie Miami Vice. Sanftmütig wie Ralph de Bricasseur. Und Männerfreunde wie Winnetou und Old Shatterhand. Alles wäre gut gegangen, doch dann kam sie, Day Young. Und aus Freunden wurden Rivalen. Verstellung. Nackenschläge. Demaskierung. Und es fallen sogar Schüsse. Wer wird wohl am Ende neben ihr liegen? Aha. Aber bis es soweit ist, gibt es turbulente Situationen. Atemberaubende Aktionen. Und lebensbedrohende Katastrophen. Doch keine Angst. Unsere Helden sind zur Stelle. Denn keiner hält die zärtlichen Chaoten auf. Boys und Girls, kommt, seht diesen Film. Versäumt nicht den Wahnsinn. Super Fun. Zärtliche Chaoten, so heißt der Film. Wir sehen uns im Kino. Tschüss, bis dann. Also, von mir ist ja bekannt, dass ich niemals lüge. Und ich sag euch, das ist ein wunderbarer Film. Ich spür's. Treffi ich am Herzen. Halt. Na, da ist's. Ja. Na bitte. Können diese sechs Augen liegen? Die zärtlichen Chaoten. Demnächst in diesem Kino. Und den Soundtrack mit den Original-Hits gibt's bei eurem Schallplattenhändler als LP, Musikkassette und Kompaktdisk.